Willkommen zurück bei Österreich auf Reisen, ich bin. Na ja, und das ist der Sprung vom Oliver. Ich sprung schon. Ich bin auch dran wegen dem, dass man sich nicht weh tut. Aber probiert er auch. Jetzt? Es ist keiner unten, Oli. Du kannst rückspringen. Wicken! Das war's, Oli. Das war's, Oli. Das war's.